Go! Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge League of Legends hier mit, äh, zusammen mit Skrull und Badboy. Hallihallo! Hallo! Hallo! Wir spielen wieder 3 gegen 3 im gewonnenen Wald mit random Charakteren. Das heißt, ich spiele mit Hikarim, äh, Skrull ist mit Ramos dabei und Badboy mit Sejuani. Haben wir natürlich alle voll die Ahnung, wie man mit denen spielt. Ja, also ich hätte gesagt, äh, ist einer von euch Fernkämpfer? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nicht? Weil, der Fernkämpfer ist eigentlich auf der Borderline, wenn ich es richtig weiß. Boah, Jax, ey, Jax wird wieder so nervig, das sehe ich jetzt schon kommen. Ach so, scheiße. Was macht ihr denn? Ja, äh, ich habe gerade hier, ich habe ja diese Item-Build-Seite. Muss ich nach oben oder unten? Äh, keine Ahnung, bei mir ist auf jeden Fall Jax. Der rennt gerade zum, lol, der steht direkt neben mir. Leute, kommt mal schnell. Ah, Mama! Jetzt kriegt er aufs Maul. Komm her, komm zu uns, in unsere Richtung. Warte, ich muss erst mal lesen. Oh, okay. Wie kann man denn tanzen nochmal? Leer steht, glaube ich. War das nicht irgendwie STRG, F3? Ähm, da oben ist einer. Bei... Was? Da war einer? Da war einer. Oh, ich konnte... LOL! Oh, doch, Olaf ist hier oben. Drück mal STRG, 2. STRG, 2. Soll ich hier unten sein oder nach oben gehen? Ich weiß es nicht. Geh nach oben. Also, ich glaube, alleine mit H-Kacken habe ich hier keine Schocks gegen Passivierung, Olaf. Dann komm ich. Spam mich doch jetzt nicht bei Steam jetzt. Aua. Äh, ich weiß nicht, wie ich hier angreifen kann. Ja, ich auch nicht. Also, ich mache hier schon mal gut Damage an dem guten Boy. Rammus ist schon nicht schlecht, also... Wenn sowas von sterben... Dann musst du dich halt erstmal safe zurückhalten und erstmal lernen, was dein Charakter kann. Ja, aber so kriege ich ja keine Erfahrungskunkte. Ach, der Hickering überhaupt schlägt um sich und fügt zum nahen Gegnern 60 Schadens hier. Ah, Hilfe! Ja, komm mal. Oh, die sind schon Stufe 2. Alles klar. GG. Aua! Da ist der Flash raus. Warte mal, auf was kriege ich denn der Zweite ist auf die? Was ist denn das? Gleiches Schreckens. Hickering versucht, was sagt... Wird sich magischen Schaden, wird 20% Schadens betrachten. Geil. Schaden! Hilfe! 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 Oh, schade. Das war's so. Ignite drauf! Oh, die Cassiopeia! Oh, wow. Oh, das ist so ärgerlich. Ich habe Ignite drauf gehauen, aber ich habe aus Versehen erst G gedrückt und habe damit gepinkt. Deswegen war mein Ignite nicht richtig drauf, ey. Oh, das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Da reg ich mich auch gerade ein bisschen drüber auf. Weil sonst wäre der nämlich gestorben, ohne dass ich gestorben wäre. Okay, der Hickering macht ordentlich Damage. Okay, okay. Der ist gar nicht so schlecht zu spielen, den ich habe. Also muss ich... ...dann sagen. Ja, bleib mal safe hier. Sascha! Oh, shit! Ich bin da draußen. Oh, du hast ihn aber noch mitgenommen. Ey, vorsichtig, jetzt die Cassiopeia. Geh, geh, geh zurück. Ich stehe hinten. Nee, die kriegt dann... Achso, hol sie dir. Do it! Yes! Ignite drauf! Ich kann nichts machen, ich habe keinen Ignite. Jetzt! Jawohl, oh. Auf Trinity Force gehen? Achso! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Willst du mich verarschen? Jax geht runter, den hole ich mir jetzt. Ich bringe gar nicht da rein. Jax, die Flags. Alles klar. Mein Bild sagt, ich soll als erstes auf Trinity Force gehen. Ja, dann mach mal. Nur ein Item, das über 3000 kostet. Ja, gut, okay, das solltest du... Was ist denn... Ah, mein Ulti ist noch nicht ready, dann gehen wir auf. Hab mal nicht gekauft, okay, dann. Jeder von uns hat einen Kill und ist gestor... äh... ...und ist draufgegangen. Oh lol. Achso, warte mal, was macht eigentlich meine E? Der Riemen hält vier Sekunden lang zuerst das Lauftempo und kann sich durch Einheiten hindurch bewegen. Aha. So, so oft achte eigentlich, okay. Aha. Höö. Ah, okay, der hat ein Stück offen. Aua. Aua. Ganz tolles Aua. Oh, ein Schaden. Mein Teoretisch konnte ich jetzt schon wieder weggehen, wa? Ah. Na komm. Piep, piep, piep. Ah. Aua. Ist der nö. Da war sie zu greedy, die Bitch. Das war echt sehr, sehr dämlich. Das habe ich jetzt überhört. Nö. Oh Gott. Da bin ich zu greedy. Oh, ich bin Survival. Nice. Achtung, äh, Ding kommt hoch. Ja, der soll hochkommen, wir bleiben einfach hoch. Richtig. Ne, der holt sich, der läuft einmal außen rum. Kann man dir helfen? Okay, der... Nö, passt schon bis jetzt. Aber der kann halt wegjumpen, das hat das Problem. Der kommt immer, weil Rammus ist halt schon ein mega langsamer Champion. Da ist es schon der nächste, Sascha. Ja, ich will mal kurz ein bisschen leben hier. Komme wieder. Ist auf jeden Fall ein spannenderes Spiel als das letzte. Bin ich noch Stufe 4 am Abend? Definitiv, das ist zwar... Das stimmt. Wow. Alle noch Stufe 4. Ach, komm, da ist mein Ignite nicht ready. Ach, shit. Soll ich's riskieren und reingehen und in die Tower diven? Ich komm mal schnell hoch, ich komm mal schnell hoch, ähm, Dingen hier. Wenn ihr jemanden Damage machen könnt. Autsch. Ja, das fängt mir auch gerade. Okay, danke. Drauf! Oh, du bist da, sag das doch! Hatte gar nicht gesehen, dass du da bist. Ich hab doch gesagt, ich komm mal hoch und, äh, komm mal... Ja, dann musst du aber trotzdem auch nochmal ansagen, bin jetzt da oder sowas. Okay, ja, ich bin jetzt da. Alles safe. Wenn die jetzt nochmal runterkommt, dann ist sie dran. Kommt mal runter, kommt runter, kommt alle runter, kommt alle runter. Ja, 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 komm mal. So, gleich. Komm, bleib da! Nein. Fuck, schon wieder das Falsche drauf. Nein, genau. Ja, fuck. Ich bin zurück hier, sorry. Mann, warum, warum drück ich immer G anstatt F? Das ist irgendwie voll ungewohnt, auf F zu drücken. Ich weiß gar nicht, warum ich immer auf G hämmer, wie ein Irrer. Ja, ich muss auch einmal kurz backen, ich bin fast down. Achtung, äh, Bad Boy bleibt mal am Tower stehen. Ja, die wär... Ah, das war jetzt, das war jetzt ein bisschen dumm. Da waren wir ein bisschen too greedy. Wischen vielleicht, ja. Na ja, ich hol mal den Olaf hier unten, der sich gerade einen Farm klauen will. Echt, wollen sie sich nur einen Farm klauen oder... Ne, die holen sich unseren Altar. Ja, das ist nicht so geil. Aber den kann ich mir auch holen. Der ist low. Okay, ich komme sonst auch jetzt. Warte, ich komme hoch. Der ist aber zu schnell für mich. Ah, fuck. Ah, die sind zu zweit. Ah, aua. Warte, komm mal, komm mal, komm mal. Oh, warum greifst du denn jetzt die Mobs an? Ich habe die nicht angegriffen, ich habe den Sunfives Fury-Ding. Die greifen mich selber, von selber sein. Komm her, komm her. Äh. Warte, der Olaf ist hier drin. Oh Gott. Ich bin schon wieder low. Das gibt's nicht. Ignite es drauf. Aua. Okay, gehst du wieder hoch bei mir? Kriegst du die Damage, wenn ich sterbe? Ignite? Ja, vermutlich hat er ein Ignite auf mich aufgesetzt. Das war knappig. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Hilfe! Hilfe zur Hilfe! Oh, ich habe kein Weg. Du, jetzt total random. Ich weiß nicht, was die... Alter! Okay. Das war meine Ulti. Was war das denn für ein krasses Ding, ey? Das war meine Ulti, du. Was, ey? Ich hätte denn was gehabt, ey. Oh, bei mir kommt Olaf schon wieder an, ey. Ach, scheiße. Schau mal, Abgang, Junge. Schau mir mal schnell den Heal. Oh, gut, der ist da. Ja, dann ist das natürlich geil. Mir braucht denn noch der Altar, bis er ready ist. Das steht gar nicht dran. Schade. Warte, das sieht... Ach, nee, das sieht man auch nicht auf Tab. Ja, richtig. Ich habe auch Tab gedrückt gerade. Hab's aber auch nicht. Alter. Große Hilfe beim Urlaub? Keine Ahnung, werde ich merken. Ich bin noch nicht tanky, das ist halt das Problem. Ah, der kann vor allen Dingen, äh, Carsten. Ich habe noch keine Spell-Raisy. So, wie kommen wir denn an den Jacksrand? Ah, ja, genau. Pass mal auf, ich gehe mal hier hin. Ja, ich komme dir mal ein bisschen zu Hilfe. Falls du dir hinterherkommst. Wird von unten, wenn... Ne, von hinten, wenn dann kommen. Okay, alles klar. Nice. So ein Stück. Darf ich dir mal kurz bei der... Ja, mach mal geschehen unten, die... Eigentlich bin ich eh Top-Laner, ich weiß eh nicht, warum ich eigentlich auch... Na, eigentlich ist ja... Hop und Dingenskirchen ja scheißegal. Ja, das stimmt wohl. Ähm... Ich brauche mal ein paar Boots. Ah, wohne diese hier. Ich komme hoch zu dir, okay? Ja, ich komme auch. Komm kurz. Deine. Aber meine Ulti ist erst in 50 Sekunden wieder ready. Ja, meine ist jetzt ready. Warte, ich bin da, komm. Das ist halt viel zu viel Damage. Ja, ich komme. Ich bin unterwegs. Ja, ist nicht gut. Ja, den habe ich noch bekommen. Komm und die Cassiopeia... Das... Ah, ne, das ist der Olaf, sorry. Egal, die hole ich mir beide. Ja, wenn du das hier kriegst, nice. Ja, klar. Sehr gut. Und nicht mal gescheit Schaden gekriegt. Die sind einfach in meiner Ulti stehen geblieben, die Deppen. Ja, das ist natürlich clever. Gut, ich habe keine Ahnung, was die Ulti von Rambles ist, aber... Äh, Erdbeben. Das macht der Schaden über eine Fläche halt. Wer macht das nicht? Jo, reicht ja. Ja. Und durch den Sunfury, den ich jetzt noch habe, ist das natürlich noch um einiges geiler. Ich weiß noch, Hickering wird gerne mal im Jungle gespielt. Und der macht gerade Spaß zu spielen. Ja, vielleicht bist du ja unser neuer Jungler. Och, komm! Warte, ich komme. Äh, ich versuche zu kommen. Stufe 9, what the fuck. Warte, ich komme, ich bin gleich da. Ja, ja, ganz easy, das ist jetzt eh schon... Ah! Ja, das ist eh schon, ne? Meine W verstehe ich noch nicht so ganz. Nächstes Mal hole ich ihn her, äh, trigger dann mal einen Stun drauf und dann ist er tot. Ja, ich habe jetzt auch meine Ulti wieder ready. Ah, ich auch. Ulti, Stunt auch. Fertig? Ah, okay, das ist noch zu. Ich bin schon sehr stark unter dem Tower, das ist blöd. Ja, aber er macht das richtig, das ist halt das Problem. Ich gehe mal schnell hoch. Ja, alles klar, dann. Echt jetzt, Mann? Ihr Drecksviecher, lasst mich doch in Ruhe. Out, 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 out. Das schaffst du, Bad Boy. Loll! Oh, Loll. Komm mir entgegen, komm mir entgegen. Ja, er kommt hier in die Form. Oh Gott. Du kommst mal schön hin. Komm ich grad nicht rein zu gehen? Ja, ja, bleib draußen. Okay. Nice. Oh ja, das Erdbeben sieht nett aus. Ja, gell. Aua. Adop, äh, LOL. Du bist vergiftet, gell? Aber ich heil gegen, ich heil gegen. Ich heil nicht gegen, ich sterbe. Nein, ich hab noch elf AP. Alles klar. Lucky Boy, hey. Lass mal den Turm ganz schön zerstören. Ja, ich helf dir mal schnell. Das ist so ein dummer Charakter, Ramos eigentlich. Gehst du mal nach hinten? Ja, der ist safe, Mann. Mann. Was soll ich hier rumstößt? Okay, ich bekomme Besuch. Oh, Jax ist halt echt nervig. Äh, ne, ach. Oh, okay. Ägide der Legion. Geh mal nach unten. Äh, ich komm wieder nach oben. Oder hieß das Ägide? Ja, Ägide der Legion. Und, äh, Sun Fury hab ich jetzt, glaub ich. Ich weiß gar nicht, ob es Sun Fury heißt. Sunfeuer-Umhanger auf jeden Fall. Okay, ich hab auf jeden Fall schon mal Trinity Force fertig. Ist das dein erstes Ding? Mein erstes Full-Item, ja. Okay, ich hab jetzt schon zwei. Glaub ich. Ich glaub Trinity Force ist wirklich ein komplettes. Trinity Force? Äh, quatsch Trinity Force, ich mein, äh... Sechs Sekunden kann ich stunnen. Sechs Sekunden kann ich stunnen, die es... Ich komm noch mal hoch. Ich, ich geh, äh, von hinten ran. Hehehe. Das sieht dem Scroll wieder eh nicht. Mit meinem großen Stachel. Okay, ich hab das schon eingesetzt. Oh! Läuft! Der bleibt mal da. Komm mal her. Meiner. Hehehe. Mit dem Ausbild. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn noch mal hergezogen. Ich hab ja so'n, äh, Spott, der den dann noch mal zu mir herhaut. Ah, okay, nice. Keep on rollin', 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 rollin'. Keep rollin', 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 rollin'. Oh, Kassio, hey, hallo. Ulti's ready und begreiß'n. Und jetzt. Ich bleib einfach im Tower stehen, das macht mir nichts aus. Ich bin zu tanky. Äh, Ramos ist halt der übelste Tank schlechthin, was? Also, ich weiß nicht, ich find grad irgendwie immer mehr Spaß daran, Tanks zu spielen. Ich weiß gar nicht, warum. Joll, ich hab ja auch ne Menge Spaß mit Mealfight. Also, Tanks find ich eigentlich immer nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ach, wahrscheinlich soll ich mir das hier bauen, oder? Was soll ich mir denn bauen? Ähm. Ne, ich, aber, ich will, äh, ich will, äh, blablabla, ich hol mir doch mal das, das ist ganz nett. Okay, Agile ist noch nicht fertig. Sascha. Okay, nein. Ich hab mich vertraut. Sascha. Ja, noch alles gut, ja. Alles safe. Oh, da kommt Olaf. Das gegnerische Team hat 3 zu 0 für eine Aufgabe bestimmt, äh, gestimmt. Au. Das ist 15 Minuten lang, what the fuck, Leute. Ah. Ja. Wir sind so gut wie den. War das echt so ein eindeutiges Match? Es war schon relativ eindeutig. Also, guck dir mal meine... Warte, ich muss auch umstellen. Guck dir mal meine Stats als Ramos an. Ramos hat einfach 6,2. Und du als Hackerim hast 7,2. Die haben einfach... Nichts sind 6, das geht sogar noch eigentlich. Das wär jetzt nur kein Grund für mich aufzugeben. Ja, obwohl ich sagen muss, dass der Jax ist ja eher so ein Late-Game-Charakter. Ja. Also, ich glaub, der wäre im Late-Game noch ein bisschen mehr gekommen, als er jetzt gerade war. Ähm, Bad Boy, hat's bei dir geklappt mit dem Umstand? Kurz als... Ja, hat's geklappt. Perfekt. All right, gut. All right, gut, liebe Leute. Das war's dann aber wieder von dieser Folge League of Legends. Mal ein bisschen sehr kurz. Boah, ich bin fast am überlegen, ob wir nicht noch ein zweites Match hinten ranhängen sollten, aber... Nee, nee. Aber ich will mir nur kurz was sagen. Geh mal schnell auf die Tabelle, Sascha. Und guck mal, wie viel Damage der Tank gemacht hat. Wie Damage der Tank gemacht hat. Ramos. Der Tank hat mehr Damage gemacht als Jax. Ja. Und mehr als ich. Also, den meisten allgemein. Kann man mal machen. Gut, liebe Leute. Dann danke ich jetzt vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Schaut bei Bad Boy und Scroll vorbei. Da seht ihr deren Sichten und auch weitere coole Videos. Lasst einen Kommentar da, eine Bewertung, gegebenenfalls ein Abo. Wir würden uns freuen. Und wir sehen uns zu einer anderen Folge wieder. Haut rein, bis die Tage. Ciao. Türolu. Ja.